hallo ihr lieben heute gießen wir wieder seife ich habe drei unterschiedliche beziehungsweise zwei hauptsächlich unterschiedliche komponenten die ich dazu nutze ist einmal die normale seife und einmal die seife mit aloe vera mit drin beziehungsweise auch share butter und ich mag die kombi ganz gerne also ich nutze beide jeweils immer für die seifen und will euch eigentlich mit diesem video so ein stück weit heute zeigen wie aufwendig seife gießen sein kann ich will nämlich viele viele mehrere schichten auch machen und das dauert natürlich seine zeit man möchte natürlich auch so ein bisschen auch dass die schichten zu sehen sind dafür müssen die so ein bisschen aushärten das heißt ich habe jetzt hier mehrere kleine formen stehen und die form versuche ich jetzt immer nach und nach zu gießen damit die dann immer eine chance haben die schichten dann schon so ein bisschen zu härten und da ich nicht ganz so mit meiner geduld gepudert bin wie ich immer so schön sage versuche ich da jetzt einfach so ein bisschen das ganze mit geduld zu machen ich höre nebenbei hörbücher was mich natürlich auch so ein bisschen beruhigt dieses warten dann immer bis etwas fertig ist ist einfach unglaublich anstrengend und ich glaube da gehen ganz viele mit mir mit und ja ich habe auch ganz viele unterschiedliche farben jetzt dafür genutzt und auch viele unterschiedliche düfte ich zeige sie übrigens bewusst nicht direkt aufgrund dessen weil es einfach ganz ganz viele waren und ich gucke aber ob ich alle komponenten noch finde die ich jetzt gerade so nutze und dann würde ich euch die gerne wieder verlinken ich verdiene dadurch nichts ich verdiene durch gar nichts also durch kein video hier irgendwas und dementsprechend sind die links auch ohne dass ich da irgendeine provision bekomme sondern wirklich ein reines info was ich denn dafür nutze immer vorausgesetzt ich finde sie dann noch und dadurch habe ich dann immer so ein bisschen wo ich halt schauen kann ich habe jetzt bei dem video nur rausgeschnitten wenn ich die becher ausgespült habe oder an der mikrowelle war ich habe unglaublich viele gänge zur mikrowelle und zum ausspülen gebracht und dementsprechend habe ich euch das erspart damit es nicht ganz so lang wird ich habe euch aber ansonsten von jedem schritt alles drin gelassen auch das schneiden zum großteil von der seife es sind wirklich immer ganz kleine mengen die ich dafür in zum schmelzen bringe die becher sind übrigens aus plastik das ist aber irgendwie nicht so normales plastik also da bitte schauen dass ihr die richtigen erwischt ich habe es auch schon mal mit anderen plastik bechern gemacht was aber logischerweise nicht mikrowellen fest war und dementsprechend auch nicht so schön dann war und der silikon becher selber ist auch nicht ganz so schön wenn man den immer relativ schwierig sauber bekommt und ich brauche noch eine optimale lösung weil auch diese becher die ich aktuell nutze die habe ich damals aus einem starter set für seife gießen rausgenommen und ja auch die werden wahrscheinlich irgendwann mal kaputt gehen also werde ich mich da ein bisschen kundig machen was ich da jetzt am besten noch für becher für mich finde die dann auch möglich sind das ganze zu machen kenne ich aber vom epoxy tarts auch ich bin immer noch bei den plastik bechern und beim bei den pappbechern ich hätte es gerne mit silikon bechern aber ich habe bisher noch nicht die optimalen becher gefunden um diese dann auch wiederverwenden zu können und dementsprechend ich nutze zwar die plastik becher und auch die pappbecher viele male aber ich hätte gerne eine längere lösung und ja dementsprechend ja ansonsten hier habe ich wirklich viele unterschiedliche dürfte viele farben genommen die ich jetzt auch schon öfter habe also ich die reichen relativ lange finde ich also da kann man sich ganz lange und ganz viel mit dran austoben und ich hatte ja damals in dem starter set hatte ich nur ein duft und eine farbe und das ist natürlich für jemanden der gerne sich ein bisschen mehr austoben möchte einfach zu wenig und dementsprechend habe ich mir irgendwann die komponenten einzeln gekauft und genau wer mein kanal übrigens noch nicht kennt ich baste halt unglaublich gerne das hat sich so ein bisschen seit kona seit anfang 20 20 so ein bisschen eingebürgert und da ich halt auch gerne erinnerungen festhalte oder wie habe ich was gemacht habe ich dann dementsprechend angefangen das ganze auch zu filmen und auf youtube hochzuladen das sind erinnerungen die ich für mich mache ich zeige es aber auch gerne was ich mache wie es mache und freue mich natürlich wenn ich jemanden damit auch helfen kann also wer da auch noch fragen hat wenn ich was nicht richtig gezeigt habe oder vielleicht was unklar war dann gerne in die kommentare damit ich versuche das immer relativ schnell zu beantworten wenn ich sehe und dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut ihr dürft mir gerne daumen nach oben da lassen ihr dürft auch gerne ein abo da lassen ich freue mich über jeden einzelnen gerade immer sehr ich hatte ja mein jahresziel 20 23 500 abonnenten und darüber bin ich schon hinweg und ich freue mich sehr vielen vielen lieben dank und dementsprechend freue ich mich über jeden weiteren ansonsten kommt sonntags gegen 16 uhr meistens ein musikvideo hochgeladen das sind live auftritte von bands wo ich selber immer gewesen bin also ich singe nicht selber sondern eben das sind bands und wenn mal um 16 uhr keines kommen sollte dann kommt in der regel ein größeres video nehme ich weil ich dann zum beispiel freitag samstag irgendwie bei einer live band war und zum beispiel den kompletten auftritt gefilmt habe und diesen dann eben hochlade und dann finde ich das immer nicht so schön wenn ich dann noch mal ein kleines video hochlade also da ja ja und nicht jeder muss sich natürlich durch ein zwei stunden video zum beispiel durchquälen ich weiß dass das nicht jeder mag ich höre die videos zum beispiel auch gerne einfach so als musikhintergrund weil ich eben die musik sehr mag die ich wo ich natürlich auch hingehe und mir die eben selber halt auch noch mal anhöre und ganz oft im hintergrund spiele und dementsprechend aber lade ich halt auch die videos manchmal mit einzelnen liedern immer noch mal hoch und ja ansonsten bin ich auch auf den short videos im moment so ein bisschen unterwegs wo ich halt auf meine meerschweinchen hoch lade oder eben sachen die ich so im privat leben halt einfach auch mal sehe mal erlebe und euch daran dann teilhaben lasse also dadurch habe ich aktuell abonnenten die sich auf unterschiedlichen weisen bei mir wohlfühlen auf dem kanal und freue mich natürlich auch bin natürlich auch manchmal traurig wenn dann wieder ein abonnent geht sehe ich natürlich aber letztendlich ist der kanal auch eben wirklich ganz viel für mich um das für mich festzuhalten und immer wieder mal drauf zurückblicken kann ich habe übrigens auch playlisten ich versuche sie immer so gut wie möglich zu pflegen es gibt natürlich momente wo ich die neueren videos noch nicht mit drin habe und aber ansonsten sind es eben musik nach unterschiedlichen genre auch dann habe ich dass die bastel videos in playlisten und ich habe auch für backen eine playlist also da könnt ihr euch auch separat durch klicken ihr müsst euch nicht durch alle videos immer durchklicken wo ihr vielleicht gar kein interesse dran habt also wer nur die bastel videos haben möchte dafür gibt es eine extra playlist und wie gesagt so in unregelmäßigen abständen vervollständige ich diese dann auch mit den videos die ja dann immer wieder noch dazu gekommen sind ja ansonsten seht ihr schon seht ihr schon hier ist unglaublich viel ich bin so viel hin und her gelaufen so viele schritte glaube ich in einer kleinen raum ist schon eine hausnummer und aber ich finde die ergebnisse sind trotzdem so 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 schön geworden diesmal die geduld hat sich so ein bisschen gelohnt ich zeige euch logischerweise auch noch die ergebnisse dazu weil hätte schöner sein können aber es gibt halt wirklich so diesen spannungseffekt leider ist es halt nur immer mit mit einer wartezeit verbunden habe ich übrigens bei den kerzen gießen auch also bei den kerzen bin ich übrigens noch nicht hundertprozentig zufrieden wie ich es gemacht habe aber auch da wird es irgendwann eine ordentliche lösung geben und ich freue mich natürlich auch drauf wenn ich euch die lösung dann zeigen kann wie es am besten geht mir hatte mal jemand runter geschrieben ich soll es mal mit dem alten bügeleisen probieren um zum beispiel die die unterseite besser hin zu bekommen ich traue mich aber nicht ans bügeleisen ich muss dazu sagen ich tue mich da so ein bisschen schwer ich weiß noch nicht wie ich mache weiß ich habe auch nur ein bügeleisen dieses bügeleisen wird zwar unglaublich wenig genutzt aber vielleicht brauche ich es ja doch mal also normalerweise meine sachen die werden einfach gerade gezogen ich bin nicht der bügeltyp war ich noch nie und ich glaube wenn ich das bügeleisen rausgeholt habe dann war es für irgendwelche passt diese sachen aber eben halt auch so dass es halt nicht schmutzig wird das bügeleisen ja ansonsten hier kommen jetzt die ergebnisse ich hoffe sie gefallen euch wie mir ich lieb's und hab da dann eben euch auch mitgenommen wie ich es rausgenommen habe also nicht nur die ergebnisse sondern eben halt wirklich auch wie ich es rausnehme weil ich es halt ich lieb's also keine ahnung ich weiß ich wiederhole mich wem übrigens mein gelaber dann immer auf den sack geht der darf gerne im zweifel auch stumm schalten was vollkommen okay ist ich mag es halt nur immer sehr dann eben das ganze nach zu vertonen weil ich halt oft vergesse offiziell dann immer mit zu reden wenn ich etwas mache und und dementsprechend habe ich jetzt mich meistens fürs nachvertonen entschieden und ich höre eben die hörbücher dazu so so die erste seife habt ihr schon gesehen da ist so ein bisschen auch nicht komplett unter kontrolle gehabt aber ich mag es wirklich sehr das hat so ein marmor effekt ja nicht wirklich aber sowas ähnliches hier die seife die sieht man glaube ich gar nicht so leicht ich hoffe ich krieg's euch dann nochmal besser abgefilmt wenn ich euch die ergebnisse nochmal am finalen endstand zeige aber ansonsten ist auch diese sehr sehr schön geworden hier kommt die erste von der hamsa hand ich mag ja die hamsa hand unglaublich gerne auch die die schichten finde ich sind mega schön geworden und haben da so ein bisschen einfach was einmaliges ich mag die form ja sowieso von der hamsa hand von den silikonformen also das ist eine wunderschöne größe auch für seifen sowieso und das ist einfach sowas schönes ich will jetzt eine youtuber sagt immer das ist so ästhetik aber ich glaube ihr wisst was ich meine man ist da einfach das fest sich auch so schön an es gibt materialien wo man einfach so unglaublich gerne diese auch anfassen möchte und ja ich finde die schichten sind so 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 schön geworden und hier auch das durchsichtige dann dazwischen drin es ist einfach ja es tut mir leid ich wiederhole mich aber ja wie gesagt ich ihr könnt mir gerne mal reinschreiben gefällt euch das auch gefällt es euch vielleicht nicht so schön aber ja auch hier ist ein grün mit orange ich finde es orange habe ich tatsache so ein bisschen lieben gelernt weil ich für jemanden epoxietarts untersätze gemacht habe mit gelb orange und grün und ich habe tatsächlich auch diese diese kombi wirklich lieben gelernt ja so und hier habt ihr jetzt nochmal die ergebnisse direkt ich hoffe man kann sie so ein bisschen besser sehen ja auch meine elefanten die sind so so schön geworden ja ich hoffe euch hat das video gefallen und könnt da meine freude einfach so ein bisschen verstehen und ja schreibt mir gerne für ideen oder ähnliches und ich hoffe ihr seid dann den sonntag wieder da die nächste woche und wie gesagt ideen gerne reinschreiben fragen reinschreiben und dann melde ich mich nächste woche wieder ich wünsche euch einen wunderschönen sonntag und bis bald tschüss bis nun Untertitelung des ZDF, 2020